Hallo, herzlich willkommen zu meinem ersten Technik-Video. Ganz, ganz viele haben mir in die Kommentare geschrieben. Ich habe sogar E-Mails bekommen darüber, wie ich die Steine mit diesem Kunstharz versiegle. Und dazu gibt es hier ein Video. Bevor ich irgendwas mit dem Kunstharz mache, streiche ich meine Steine alle mit diesem Mod Podge ein. Das kann man auch in den englischsprachigen Videos oft sehen. Das ist also irgendwie so ein Servietten-Kleber-Leim auf Wasserbasis. Und eigentlich ist es aber auch kein richtiger Kleber, sondern man kann das auch zum Versiegeln als Finish für irgendwas nehmen. Und das kannst du in verschiedenen Glanzstufen kaufen. Also das gibt es matt und satin und hochglänzend. Ich habe mich jetzt hier für satin entschieden, weil am Ende ist es mir sowieso egal, weil ich da mit dem Kunstharz drüber gehe. So, da reicht also ein Pinsel für den ganzen Stein. Vorder- und Rückseite würde ich empfehlen hier zu machen. Und das trocknet also völlig transparent ab. Es hat auch zumindest bei mir jetzt noch nie irgendeine Wechselwirkung mit den Acrylfarben gegeben, dass da jetzt was blasser wird. Oder, ja, also kann ich empfehlen. Trocknet auch mega schnell. Also nach 10 Minuten ist das wirklich, würde ich sagen, ganz sehr trocken. Was brauchst du jetzt aber für den Kunstharz? Und zwar, ich habe jetzt hier die Flaschen, die ich auch benutze von Dekorom oder Dekorom, weiß auch nicht, wie das jetzt ausgesprochen wird, den Harz und den Herter dazu. Du brauchst so ein kleines Becherchen, einen Löffel, einen Umrührstab, Handschuhe und ein Stück Küchenrolle. Und am Ende wäre es halt super, wenn du irgendwie einen Bunsenbrenner hättest. Oder, ich habe auch schon gesehen, das müsste auch mit einem normalen Strohhalm funktionieren. Und zwar muss man am Ende noch ein kleines bisschen die Blasen da rauskriegen. Und dann, wenn alles gut gegangen ist, sieht es eben so aus. Für die Natursteine, wie diese beiden jetzt hier, brauchst du nicht unbedingt diese Versiegelung mit dem Mudpodge vorher, sondern das nehme ich hauptsächlich für die Kunststeine, damit das dann auch ebenmäßig wird. Du kannst die Steine, wenn du den Kunstharz aufgetragen hast und die noch nass sind, kannst du die auf so einen Deckel, auf so einen Plastikdeckel von so einer normalen Box legen. Dann kriegen die aber unten so kleine Füße. Also je nachdem, wie viel du Harz aufträgst, da braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl, ist es nicht so viel wie hier oder es ist richtig viel. Dann hast du da so einen Klotz unten dran, wie auf dem zweiten Stein hier. Da hatte ich mal mit einem anderen Kunstharz probiert. Der war super flüssig, wie du hier siehst, und der ist dann einfach runtergelaufen. Und das Problem hatte ich jetzt auch lange Zeit. Da habe ich mir allerdings so ein Multitool bestellt. Und dann, ja, da siehst du es, hat unterschiedliche Aufsätze. Ich glaube, das Ding hat sechs Euro gekostet oder so. Und dann kannst du das einfach abschleifen. Dann geht es auch. Oder der Fuß ist dir egal, macht nichts. Aber jetzt kommt der Knaller. Guckt euch das an. Das ist eine Tierabwehrmatte, heißt das, glaube ich. Das ist eigentlich für den Garten gedacht, dass man das so zwischen seinen Rasen legt. Dass da nicht irgendwelche Katzen oder, ich weiß auch nicht, irgendwo nicht drauf treten. Also ich muss sagen, für das, wofür es gedacht ist, da fehlt mir irgendwie der Sinn der Sache. Allerdings, dafür ist es total klasse. Und dann, wenn du die Steine zum Trocknen da drauf legst, dann kriegen die nur solche ganz, ganz kleinen Buckelchen da hinten drauf. Und die kannst du dann auch einfach wirklich schnell abschleifen. Auch mit diesem Gerät. Er dauert aber nicht halb so lange, wie wenn du diesen ganzen Fuß bearbeiten musst. Und also für mich ist das so super der Geheimtipp. Ich kann nicht mal sagen, wo ich das her habe. Habe ich auch bei Amazon gekauft. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Das sind sechs Stück. Die sind ungefähr so 60 Zentimeter lang und vielleicht 20 Zentimeter breit. Reicht für mich ein, so ein Teil. Wenn ich mal fünf Steine mit einmal mache, dann ist das viel. So, wenn du alles beisammen hast, leg dir das vorher zurecht, dass du dann gleich loslegen kannst. Bei meinem Epoxidharz ist das jetzt so, man mischt diese zwei Komponenten eins zu eins. Allerdings muss man da aufpassen, bei mir ist das nach Volumen. Das heißt, wenn ich einen Teelöffel von dem nehme, nehme ich dann auch einen Teelöffel von dem anderen. Manche machen aber auch nach Gewicht. Manche andere Firmen, da musst du also sozusagen dann eine Waage daneben stehen haben. Und dann brauchst du sozusagen meinetwegen von dem Härter doppelt so viel Gewicht, wie du von dem Harz genommen hast. Finde ich in der Handhabung einfach nicht so schön. Deswegen achte ich schon beim Kauf darauf, dass das irgendwie eins ist, was nach Volumen eins zu eins mischbar ist. Da brauche ich nicht nachdenken, brauche ich keine Waage. Geht gut. Ich habe jetzt hier einige Steine, die ich versiegeln möchte mit dem Harz. Deswegen nehme ich jetzt hier zwei Teelöffel von beiden und mische das an. Die sind in der Konsistenz ein bisschen unterschiedlich. Der Härter ist jetzt das zweite, was ich hier reingieße. Der ist ein bisschen flüssiger als das Harz. Achso, übrigens, diese beiden Flaschen, die kommen immer zusammen in einem Paket. Also ich habe es noch nicht gesehen, dass man das getrennt kaufen kann überhaupt. Weil das funktioniert nur, wenn du die beiden mischst, dann gibt es eine chemische Reaktion. Und erst dann funktioniert das überhaupt. Also da musst du einfach mal gucken. Ich empfehle insgesamt ein Harz, was vielleicht nach dem Anmischen nicht so super flüssig ist, weil du erinnerst dich an den ersten Stein, den ich hier reingehalten habe ins Video. Also, ja, das ist irgendwie für die Steine dann ungünstig. Das läuft dann ungehintert darunter und dann gibt es nicht so ein schönes Ergebnis. Also das darf ruhig ein bisschen viskos sein. Du rührst jetzt drei Minuten. Und das musst du auch wirklich tun. Am Anfang ist diese Flüssigkeit hier noch ganz, ja, so neblig und, ja, also sieht überhaupt nicht gut aus. Und wenn du dann drei Minuten gerührt hast, dann hast du garantiert Blasen drin. Also schau bei mir, so sieht es dann aus. Das ist immer noch so trüb, aber im Moment ist das eigentlich fast mehr wegen der ganzen Blasen, die ich da reingerührt habe. So, nun in vielen anderen Videos legen die nun direkt damit los. Manche setzen das kleine Gläschen hier noch in ein Glas oder in eine Schüssel mit heißem Wasser, damit die Blasen sich gleich auflösen. Ich warte jetzt 45 Minuten. Dann sieht das so aus. Dann haben sich die Blasen von selbst ein bisschen aufgelöst. Ich merke das, das kleine Gläschen hier ist jetzt ein bisschen warm unten drunter. Die Reaktion findet also bereits statt. Und jetzt lege ich los. Wenn ich diese 45 Minuten nicht warte und das hier draufgebe auf den Stein, dann habe ich am Ende nach dem Trocknen wirklich, ich muss sagen, immer ein Ergebnis, was mich irgendwie an abperlendes Wasser von einer frisch gewachsenen Autolackoberfläche erinnert. Das verzieht sich dann, das gibt Löcher, das ist super ungleichmäßig und rau. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich scheine die Einzige zu sein, die dieses Problem hat und ich wusste nicht und weiß nach wie vor nicht, woran das liegt. Aber ich habe festgestellt, wenn ich das also 45 Minuten erstmal so ein bisschen anziehen lasse, dann ist das schon ganz schön klebrig, muss ich sagen. Ja, dann funktioniert das einwandfrei. Du nimmst erst so ein ganz kleines, du hast es gesehen, ein ganz kleines Kleckschen und verteilst das vorne und hinten über den Stein. Gleichmäßig, wirklich vor allen Dingen auf der Rückseite, braucht das nicht viel sein, sonst kriegst du nachher nur zu viele von diesen Knubbeln. Und dann gibst du ungefähr die gleiche Menge nochmal auf den Stein und verteilst es aber nur auf der Oberfläche. Und das muss man ab und zu mal üben. Das kommt vor, dass das dann an der Seite doch mal runterläuft und es bildet sich ein Tropfen. Ja, das kann passieren und das passiert mir auch ganz oft. Ich schleife das dann ab und je nachdem, wie schlimm das ist, gehe ich sogar vielleicht nochmal mit einer zweiten Runde Harz dann über die Rückseite, dass das schön aussieht. Aber seitdem ich diese Tierabwehrmatten benutze zum Trocknen, muss ich das eigentlich nicht mehr tun. Weil das dann irgendwie, ich weiß auch nicht, das läuft gleichmäßiger runter am Stein. Ich kann es auch nicht erklären. Also es ist, diese Matten sind einfach super zum Trocknen lassen. Aber theoretisch geht übrigens jede andere Matte aus, ich glaube Silikon oder Plastik. Mir hat eine ganz liebe Frau geschrieben, sie hat diesen Kunstharzstein nach dem Versiegeln auf ihrem Fensterbrett trocknen lassen. Falls du das Video siehst, verzeih mir bitte, dass ich die Geschichte erzähle, aber das fand ich einfach zu schön. Ich nehme an, es wird Stein gewesen sein oder so, das Fensterbrett. Und naja, der Stein liegt also nach wie vor dort. Sie hat ihn nicht wieder abgekriegt. Das ist natürlich bitter. Also nehmt auf jeden Fall eine Unterlage aus Plastik oder Silikon und das geht dann auch. So, ich habe jetzt hier also wirklich für mich eine große Menge von diesem Kunstharz gemacht. So viele Steine habe ich gerade nicht vorrätig. Ich mache es aber auch gerne auf diesen Natursteinen hier, denn die haben ja an und für sich hier eine sehr schöne Form. Allerdings ist die Oberfläche eben sehr huckelig, buckelig, löchrig. Und dann versiegele ich die einfach vor dem Malen mit diesem Kunstharz und dann ist die Oberfläche glatt und dann kann ich da schön drüber gehen. Du siehst jetzt hier die Aktion mit dem Bunsenbrenner. Wenn ich jetzt hier über die Oberfläche drüber gehe, nicht zu lange auf einer Stelle, gleichmäßig drüber gehen, dann platzen die Luftbläschen daraus. Und wenn du jetzt den Stein damit nicht völlig verbrennst, dann funktioniert das hier einwandfrei. Und du kannst dann auch wirklich gucken, ist noch irgendwo ein Bläschen, da hältst du dann nochmal kurz drauf. Und dann sehen die so aus. Und die habe ich jetzt über Nacht trocknen lassen. Und jetzt mache ich es ab und wollen wir mal gucken. Aha. Bei dem Stein sieht man zum Beispiel, dass der Harz jetzt beim Abmachen ein kleines Stück von der schwarzen Farbe von diesem Kunststein hier mit abgelöst hat. Und du siehst auch kleine Tropfen an der Rückseite. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist der eigentlich schon sehr, sehr gut gelungen. Da muss man gar nicht mehr viel machen. Bei diesem hier mit dem Schmetterling, da habt ihr ja auch beide Anleitungsvideos dazu schon auf meinem Kanal. Schaut mal, so hier ist es eigentlich also für mich perfekt. Ich muss sagen, besser geht es nicht, wenn es mal scharf wäre. Man sieht jetzt hier ein kleines bisschen diesen Effekt mit dem Abperlen des Harzes, aber nur auf der Rückseite. Also den würde ich jetzt gar nicht mehr groß behandeln. Der ist echt super. Und bei den Natursteinen hier, da sind jetzt eben solche kleinen, solche kleinen Huckelchen. Das sieht man jetzt schlechter. Ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben, das ordentlich in die Kamera zu halten. Schau, wenn ich es im Profil halte. Und das kann man dann eben abschleifen. So, diese Steine haben jetzt 10 bis 12 Stunden gelegen und man merkt es auch noch. Man hinterlässt jetzt zwar keine Fingerabdrücke und das Harz ist auch fest. Aber man merkt, das ist noch so, das hat so eine widerspenstige Oberfläche, so wie wenn man versucht, über Gummi drüber zu reiben. Also das ist jedenfalls noch nicht so richtig ganz glatt und ja, glatt halt einfach. Gut, sodass ich jetzt also die noch einen Tag liegen lasse, bevor ich an den Steinen jetzt so ein bisschen die Kunstharzknubbel hinten wegschleife. So, dann nehme ich mir einfach hier ein altes Handtuch. Das ist sowieso mein Handtuch, was immer neben mir liegt beim Malen. Und das Tool hier, also das Werkzeug. Da kommt jetzt gleich Originalton. Achtung, so klingt das dann. Jetzt muss ich mal nicht das abschalten. Oh nein, Originalton kommt nicht. Oh, das ist ja schade. Hm, da ist jetzt irgendwas beim Schneiden schief gegangen. Oh Mist, ich muss fluchen. Das ist ja blöd. Ich wollte eigentlich euch zeigen, dass das eine relativ laute Angelegenheit ist. Es staubt auch ein bisschen. Gut, du könntest vielleicht eine Maske aufhaben. Zu der jetzigen Zeit hat ja sowieso jeder eine Maske zu Hause. Also setzt die Maske einfach auf und dann seid ihr auf Nummer sicher. Dann geht es im Wesentlichen hier aber ganz schnell. Und dann hast du ja aber diese Stellen an der Rückseite, wo man dann sieht, dass es abgeschliffen ist. Oder vielleicht bei dem Stein mit der schwarzen Grundierung. Dann hat sich ja dort die Farbe gelöst. Gut, das stört uns jetzt nicht. Dann nehmen wir einfach die schwarze Farbe und füllen die Lücken aus. Und dann kannst du entweder über die Rückseite nochmal mit dem Harz drüber gehen. Aber mir dauert das immer zu lange. Da musst du das wieder anrühren. Und dann musst du wieder drei Tage warten, bis das richtig trocken ist. Und dafür, dass es nur die Rückseite ist, dann nehme ich also wieder dieses Mud Podge, diesen Serviettenkleber, Versiegelungsschleim. Und den streiche ich dann hinten drauf. Jetzt habe ich dummerweise hier Saturn genommen. Wenn ich hochglänzend nehme, siehst du dann fast keinen Unterschied. Ja, und dann sieht es im besten Fall also so aus. Meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen helfen. Ihr hattet Spaß daran. Probiert es gern mal aus. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ich als nächstes für ein Video für euch machen darf. Mir gehen so langsam die Ideen aus. Habt eine schöne Zeit. Bis bald.